Jetzt ist es, lad ab. Oh nein, und beim letzten macht er zicken. Was? Beim letzten macht er zicken, ihn abladen. Der ladet aber nicht ab jetzt. Was ist der los? Der ladet aber nicht ab. 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 Könntest du mal bitte einsteigen und die letzte Fuhr verkaufen? Er lässt man da nichts machen. Was lässt du stehen? Alles. Weil? Was bist du jetzt wieder im gelben drin? Ich bin im gelben drin. Schaut euch bitte an, ich kann die Ball nicht draus geben. Ja, ich lasse es so stehen, wie sie sitzt. Ach so, die verkaufen wir jetzt nicht, meinst du? Oh, ich habe sie abgeladen, aber es ist so, wie sie es ausstehen hält. Okay. Aber verkaufst du es ja nicht gleich. Oh ja, es geht aber nicht. Wenn du da bist, ist es dann. Okay. Wir sagen zuerst ein Holzstück, da darf ich einmal draufklicken. Ab der Verkaufsfläche. Wow, das Feliz ist auch schon. Ich kann es, aber ich fahre mal an, dann starte ich gleich wieder. Hm. Wir haben die ja alle hintereinander ziemlich. Wir haben halt ein Bilde, dass wir das da unten zuerst gemacht haben, bevor wir das da oben gehen. Wir haben noch einmal los. Bredisch könnte man auch einen mähen lassen, gleich wieder das große Wasser fällt. Wir haben ja auch schon. Wachsen ist schon, ja. Theoretisch, einfach dorthin schicken. Mit welchem Traktor schickst du ihn hin? Wurscht. Wir sind halt nicht mehr groß, aber mit dem großen kann man dann gleich ansehen. Jetzt hätte ich nämlich eben vorgeschlagen, dass man mit großem ansehen, deswegen frage ich so. Sonst ist es mal wurscht. Ich sitze im Drescher. Ansehen der Welle. Das ist theoretisch, könnte man jetzt ehrlich schon einen großen Ladewagen kaufen. Okay. So, was wollen wir denn da an? Hafer? Fühlt mir nicht schon verpfuscht haben. Ich mache los, oder? Ich mache die Frage, ob sie den普通ern aufstehen. Ich sehe ihn komplett, wenn man zu sein. Ich halte mich nicht das. Er wird das cochere. Man wird das nach der revolt. Sie hat das nach dem Moment ist. Sie hat das nach dem Moment ist. Okay. So, wenn du mir. Ich halte dich. Ihr chieb. Ich halte dich, wenn du mir das nachschiichen. Ich halte mich nicht nur auf eine Musik, Ich kann ihn kaufen oder züge ich dann? Da ist er 116? Ja, den großen hast du eh gesagt, eigentlich. Oh ja, wegen der PS-Anzahl. Böttinger eigentlich auch ein Shuttle, der kann da nur der große ziehen. Ist schon klar, so ein Durchschnitt ist so viel, dann 6000 ist er drin. Gelirrmitteltank, ja? Na gut, dann kauf ich ihn, ja? Achso, du kaufst ihn, okay. Weißt du, was das ist? Was denn? Gelirrmitteltank? Ja. Was ist das? Das ist das Gas und Heu quasi aufgebessert wird. Okay, gut, das braucht man in dem Fall nicht. Ich glaube, ich würde schon dazu nehmen. Aber wenn wir mal ein Gras oder so nehmen. Ich bin gespannt wie er das ziehen kann dann. Ich glaube eh alle bis auf zur Starre halt. Hoch werden sie sich alle ein bisschen spät tun. Was hast du dir helfen hast du jetzt losgeschickt? Ich habe noch gar keine Hilfe losgeschickt. Achso. Hast du das? Tja, ich schicke jetzt einmal den... Nein, für das Feldansehen los. Ja. Aber eben würde ich nämlich auch, weil dann muss ich das Magnet. Mhm. Ich muss gleich wieder was nachwachsen. Ich würde halt da gleich Trash nehmen, wenn es dann wirklich wegenet. Oh bitte gib mir das perfekt. Oh, bitte, gib mir das Bläden. So ein Glückspiel meistens, oder? Nein, mit Schmerz. Nein, ich kann das nicht. Ich kann ihn nur so los schicken, Manuel. Okay, geht schon. Ha? Geht schon. Oh, es geht schon. So. Du müsstest auch den Grashaberer los schicken, bitte. Du kannst gar nichts. Nein, gar nichts. Gar nichts. So, wo ist er denn Hof? Tja. Wo ist er denn? Mähwerk und alles. Ah, das vordere Mähwerk ist bei der Schafe hinten. Mit einem Traktor. Die Presse lasse ich gleich dort stehen. Ja. Ich glaube, Berg auf werde ich mit den anderen Traktoren das nicht schaffen, wahrscheinlich. Darf ich das schon, halt langsam. Wir haben jetzt wirklich noch mal noch die Oldtimer frei, ne? Dann Tony ist noch faul. Bitte? Tony ist noch faul. Oder Tony ist noch faul? Also ich habe nicht. Oh, man kann doch diese Lashbälle durchklitschen. Lashbälle? Die, die du dort stehen lassen hast. Oder hast du jetzt alle verkaufen, hast du die verkaufen können? Hast du die in der Luft schweben? Ja. Die waren schon unten. Das war schon so. Ich habe nichts. Die waren schon in der Luft. Ich dort war. Okay. Okay, da muss man sich die Mittel einfüllen, wenn man das machen würde. Ja, das musst du auch kaufen. So, ich bin ein Trottel. Hä? Hä? Was machst du? Ich habe einen Gruber angehängt hinten. Ich bin ein Trottel. Läuft. Go, du passt zurück. Da oben steht. Aber wir sind die jetzt gar nicht mehr. Was? Die Lashbälle, wir sind jetzt unten. Okay. Ein Teil schwebt bei mir in der Luft. Naja, das bei mir auch. Aber sie sind nicht mehr bei der Verkaufsfläche. Ah, okay. Ja, bei der Verkaufsfläche eh nicht mehr, sondern seitlich. Achso. Ja gut, ich habe sie bei der Verkaufsfläche lassen. Achso. Vielleicht sind sie eh noch am Anhänger oben. Das bringt das ehrlich preislich mehr, wenn man den Gras, also das Gras auch nur als Gras machen, wenn man nicht das mit dem einsaugt. Ja, weil der Ertragter mehr wird durch die Ermitteln. Aber dann könnte man das eigentlich auch überlegen. Na gut, wenn du so viel Infektransport im Wissen kannst du so nicht machen. Glaubst du es aber nicht so viel? Naja, ich rechne. Naja, stimmt. Probein waren vier. Stimmt. Aber auf 300, mal 3500. Genau eine Million. Wie lange ist es da gehen in dem Rand schon? Genau. 44. 23 Mal. Was 23 Mal? Müsstest du hin und her von. Okay. So was, was macht man denn du? Ist die Frage, um wie viel mehr das Kohle bringen wird. Ich weiß nicht, ich glaube es sind 2% mehr, was einsorgt. Also nicht wirklich viel. Na, es ist nur ein bisschen ertragssteigernd. 3% sowas. Gut, und für das Silihmittel müssen wir auch investieren eigentlich. Naja, es ist ein Bluesgeschäft auf jeden Fall. Es ist mehr ertrag, aber ich kann jetzt nicht genau 100% sein. Und da sind die Frage, um es geht zu her. So. Vielen Dank. Vielen Dank. Toll, wo einer ist er? Bin er eh schon wegge? Okay. 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 Ich komme gleich wieder. Okay. 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 Vielen Dank. Schnee so nicht sie. Schnee so nicht sie. Schnee so nicht sie. Schnee so nicht sie. Vielen Dank. 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 Okay. So,